Das ist Frau Müller. Frau Müller ist Vorstandsassistentin bei EAG Logistik. EAG Logistik wirtschaftet und produziert nachhaltig und belegt dies mit einem jährlichen Bericht. Eine sehr zeitintensive Aufgabe und der Druck von Kunden, Regulierungsbehörden und in Ausschreibungen zum Berichten von Nachhaltigkeitsdaten wächst. In diesem Jahr müssen Frau Müller und ihr Team erstmals auch nach dem führenden Standard GRI G4 berichten. Dazu müssen sie völlig neue Daten erheben und das mit sehr begrenzten Ressourcen. Mit der softwarebasierten Lösung von 360 Report erstellt Frau Müller in kürzester Zeit ihren eigenen Nachhaltigkeitsbericht. Kostengünstig und ohne Vorwissen. 360 Report selektiert automatisch die relevanten Kennzahlen und macht aus den komplizierten Regelwerken praktische Eingabemasken, die Frau Müller einfach ausfüllt. Sind die Daten bereits vorhanden, werden sie automatisch übernommen. Auf Knopfdruck erhält sie nach kurzer Zeit ihren vollständigen, zertifizierbaren Nachhaltigkeitsbericht. Und ganz nebenbei hat sie noch das Energieaudit vorbereitet, das dieses Jahr erstmals fällig ist. Denn 360 Report integriert beliebig viele Berichtsstandards, Standorte und Lieferanten. 360 Report. Einfach Bericht erstatten. www.360report.org